Hallo meine Lieben, Willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es kein ganz so spektakuläres Video. Es betrifft nämlich nur diejenigen, die bei meinem Gewinnspiel für den Balea Man Adventskalender mitgemacht haben und für den Branded Up Adventskalender. Also wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt dran, holt euch jetzt was zu essen, was zu trinken. Also es geht ja darum, wir wollen heute die Verlosung machen. Ich habe mir, das habe ich mir abgeguckt bei der lieben Graf heute 50 und ich glaube bei der lieben Marita, ach Gott, den Namen und ich. Auf jeden Fall die anderen Verlosungsboxen bzw. Gewinnboxen sind ja schon raus. Jetzt sind nur noch zwei erstmal da. Die anderen Gewinnspiele kommen ja erst und ich würde sagen, wir verlosen jetzt erstmal. Ich fange mal an mit dem Balea Man Adventskalender. Ich habe halt dann jetzt einfach so Zettel gemacht und ich weiß nicht, wer jetzt im Endeffekt gewinnt. Also ich wurschtel das jetzt einfach mal durch, ziehe dann einen Zettel und dann, das ist der Gewinner für den Balea Man Adventskalender. Da habe ich eine Bitte. Bitte tut es mich anschreiben. Am besten ist das per Instagram. Natürlich auch gerne per E-Mail. Lieber, wer mir wie gesagt Instagram, wer das ähnlich hat, schreibt mir bitte eine kurze E-Mail. Bitte innerhalb von drei Tagen antworten, weil sonst geht der Gewinn nämlich weiter. Und dann würde ich sagen, packen wir mal aus, wer das ist. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, ihr schreibt ja auch Kommentare, also sieht man euch auch. Und zwar habe ich da, na, sieht man es? Sieht man natürlich nicht. Da, jetzt, die Steffi Rossa ist die Gewinnerin von dem Gewinnspiel bei dem Balea Man Adventskalender. Dann herzlichen Glückwunsch erstmal. So, dann packen wir das gute Stück mit mir mal weißer weiter und dann machen wir gleich mit dem Friend It Up Adventskalender weiter. Wie gesagt, ich mache das mal so, mal so und entscheide mir dann, was das dann ist. Wie kippt, sehe ich die zu. Ein Zettel ist rausgefallen und wenn der rausfällt, dann nehmen wir den gleich. Wollte ich sagen, das ist jetzt nicht der gleiche. So, und zwar haben wir da, schauen wir mal, ob man es sieht, die Mara N. Also, liebe Mara N, du bist die Gewinnerin von dem Gewinnspiel beim Trend It Up Adventskalender. Herzlichen Glückwunsch. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass alle mitgemacht haben. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, es werden immer mal wieder Gewinnspiele kommen, beziehungsweise Verlosungen. Ich habe auch schon wieder was vorbereitet. In diesem Sinne, gerne meinen Abonnier-Kanal, abonnier-Kanal bitte. Also, meinen Kanal abonnieren. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt, kommen die Pakete in nächster Zeit. Bitte lasst mir da immer ein bisschen Zeit. Also, auch wenn ihr jetzt heute die Mitteilung erhalten habt, dass ihr gewonnen habt, werde ich nicht zeitgleich morgen das Paket schon wegschicken können. Das schaffe ich einfach nicht, weil ich so viele Unboxings derzeit habe. Also, da bitte ein wenig Geduld. Und ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Einen anderen für die Zukunft viel Glück. Und ich würde sagen, einen schönen Nachmittag. Eure Heike.